Antenne Vorarlberg Hi, ich bin Vorarlberg-Reporterin Sandra Tasek. Ich melde mich hier aus Blutens, aus dem Polizeianhaltezentrum. Hier haben sich heute Nacht spektakuläre Szenen abgespielt. Eine Arrestzelle hat Feuer gefangen. In dieser Zelle war ein 28-jähriger Häftling gefangen und ein Wachbeamter hat sich ohne zu zögern in diese Zelle begeben und dem Häftling das Leben gerettet. Dabei hat er sich selbst in Lebensgefahr begeben. Herbert Steckel, Polizeikommandant, Sie stehen wahrscheinlich auch unter Schock. Guten Tag, ja, so ist es. Wir sind alle geschockt von diesem Ereignis, weil das ja nicht alltäglich ist. Gott sei Dank ereignen sich solche Vorfälle ganz, ganz selten. Und jetzt werden wir schauen, wie es weitergeht. Wie kam es denn zum Brand? Was ist da passiert? Soweit wir wissen, hat der Häftling das Feuer selber gelegt. Derzeit laufen aber die Ermittlungen noch. Und ich kann das noch nicht definitiv sagen, aber es sieht ganz so aus, als ob der Häftling das Feuer selbst gelegt hätte. Die Zelle ist völlig ausgebrannt. Wir haben vor einem Blick in die Zelle geworfen. Wie geht es denn Ihrem Wachbeamten? Dem Beamten geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat glücklicherweise nur eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Er konnte den Häftling relativ schnell aus der Zelle befreien. Das war nicht ganz unproblematisch, da der Raum komplett verraucht war. Der Beamte überhaupt nichts gesehen hat. Und natürlich auch Acht geben musste, dass er keinen Rauch inhaliert. Warum war denn der Häftling bei euch? Der Häftling wurde gestern in der Nacht zur Verbüßung einer Verwaltungsstrafe von circa 14 Tagen zu uns hereingeliefert. Welche Verletzungen hat sich denn der Häftling jetzt dazu gezogen? Der Häftling wurde einerseits durch die Rauchgase verletzt, die er reingeatmet hat. Und andererseits hat er auch Brandverletzungen erlitten. Wir sind dem gerade nach schwer. Wir hoffen natürlich, dass es im Wald wieder besser geht. Unternimmt man jetzt da in Zukunft was? Achtet man jetzt besser auf das, was die Häftlinge bei sich haben? Es wird generell darauf geachtet, was die Häftlinge bei sich haben. Sie werden auch durchsucht, bevor sie in die Zellen verbracht werden. Warum es in diesem Fall dazu kommen konnte, dass der Häftling Feuer legen konnte, kann ich nicht sagen. Das muss zuerst ermittelt werden. In diesem Sinne auch von uns Gute Besseren Ihrem Wachbeamten. Dankeschön. Antenne Vorarlberg Dankeschön.